Moin Freunde, es ist Sonntag und da gibt's heute mal einen kurzen kleinen News Roundup mit wichtigen Infos zu Themen, die zu klein für ein reguläres Video gewesen wären, die ich euch aber trotzdem an die Hand geben möchte. So reden wir heute über Double XP Wochenenden, wir sprechen über Overwatch 2s massiven Erfolg, der sich eingestellt hat und wo ist eigentlich Best schon geblieben. Ja vorweg, bitte denkt dran, heute ist der letzte Tag, an dem ihr gratis den legendären Kiriko Skin fürs Zuschauen auf Twitch bekommen könnt. Ich bin heute ab ca. 10 Uhr live und wenn ihr den Skin noch nicht habt, kommt vorbei, denn ab morgen gibt es schon neue Twitch-Drops, da bekommt ihr einen Waffenscharme. Dazu morgen aber nochmal mehr in einem Extra-Video. Gut, legen wir los und dabei beginnen wir mit dem Double XP Wochenende. Hier sind nämlich die Daten bekannt, wann das Ganze nun wirklich starten wird. So wird es vom 21. Oktober bis zum 24. Oktober Double XP geben, genauso am darauffolgenden Wochenende und nochmal vom 24. 11. bis 28. 11. kurz quasi bevor die Season dann am 6. Dezember schon wieder vorbei ist, beziehungsweise Season 2 von Overwatch startet. Double XP wird es dann für Match XP geben, das heißt, es ist für euch eigentlich die optimale Chance, um schnell nochmal euren Battle Pass etwas in die Höhe zu treiben. Auch wenn man nachweislich an der Stelle schon sagen muss, es gibt jetzt schon Leute, die haben ihren Battle Pass voll nach etwas über, ja, einer Woche Overwatch 2, ohne Stufen zu kaufen. Wie ich vorhin schon sagte, es gilt aber rein für die Match XP. Also Challenge XP und sowas wird nicht verdoppelt. Es ist wirklich nur das, was ihr am Ende eines Matches bekommt. Trotzdem ist es besser als nichts und, naja, normales Match, sage ich mal, mit einem Win sind meist auch so um die 900 XP. Spielt mit einer Gruppe zusammen, es gibt noch ein bisschen mehr. Also ich denke, es ist ganz okay und allgemein, glaube ich, freuen wir uns alle, dass es ein Doppel-XP-Wochenende, beziehungsweise gleich drei Wochenenden geben wird. Das bringt uns schon zu Thema Nummer zwei. Knapp anderthalb Wochen ist Overwatch nun erhältlich und dabei konnte Blizzard wirklich nun riesige Zahlen verkünden. So sind 25 Millionen Spieler in Overwatch 2 seit Release unterwegs gewesen. Und diese Zahl ist wirklich huge, weil selbst der Daily-Peak an Spielern dreimal höher als noch zu Overwatch 1-Zeiten war. Das heißt, jeder, der irgendwie spöttisch auf Overwatch 2 schaut und sagt, oh, Overwatch 1, so viel besser und so weiter. Es kann natürlich alles sein, dass man das so empfindet. Aber letztendlich, die Zahlen sprechen hier für Blizzard. Natürlich muss man dafür sagen, dass Free-to-Play hier seinen Teil beiträgt. Jeder kann das Ganze nun spielen ohne eine große Einstiegshürde. Hinzu kommt, dass Overwatch 2 momentan einfach fett im Hype ist. Werbung ist überall, es gibt Twitch-Drops und so weiter. Es ist kaum möglich, irgendwie gerade an Overwatch vorbeizukommen. Trotzdem, wie ich schon sagte, die Zahl ist ein riesiger Erfolg für Blizzard. Und ich habe es ja schon immer gesagt, viele Leute, das sehe ich auch persönlich an meinen Freundeslisten, kommen zurück, nun wo Overwatch 2 wieder da ist, und haben auch Spaß mit dem Spiel. Und wir können natürlich alle nur hoffen, dass dieser Erfolg langfristig anhält. Aber es ist wirklich ein huge Milestone, den Blizzard hier erreicht hat. Und man könnte dann natürlich sagen, an der Stelle jetzt, das Konzept Free-to-Play hat zumindest für Blizzard und die Spielerzahlen funktioniert. Gut, kommen wir abschließend noch kurz zum Thema Bastion. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich dachte nicht, dass ich hierzu ein extra Video machen muss. Aber da sich im Kommentarbereich seit Tagen immer wieder die Frage stapelt, ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass Bastion fehlt. Will ich mal kurz was dazu sagen. Nein, Bastion wurde nicht komplett aus Overwatch 2 entfernt. Bastion ist zum aktuellen Zeitpunkt nur deaktiviert. Der Grund, es ist ein Bug. Es gab einen Bug, der dafür gesorgt hat, dass man Bastions Ult unbegrenzt spammen konnte. Und da Menschen halt einfach solche Sachen ausnutzen, um damit auch Ranglisten-Matches zu gewinnen und anderen den Spielspaß kaputt zu machen, hat Blizzard sich entschieden, den Charakter zu deaktivieren. Torbjörn war auch aus einem ähnlichen Grund kurzfristig deaktiviert. Der ist aber schon wieder da. Bitte denkt immer dran, wenn solche Bugs bekannt sind und ihr die bewusst ausnutzt, riskiert ihr, dass euer Account gesperrt wird. Also macht es einfach nicht. Wann Bastion zurückkommt, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich denke, es wird nur noch eine Sache von ein paar Tagen sein. Also es wäre sehr unüblich, dass er jetzt, sag ich mal, wirklich noch langfristig fehlt. So ein Bug sollte eigentlich relativ schnell behoben sein. Und dann kann auch wieder jeder mit Besten spielen. Ja, soviel heute zu den Quick News. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch dass ihr zu den Themen direkt hinspringen konntet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und vielen, vielen Dank fürs Einschalten, ihr geilen Menschen.